Hallo Leute und herzlich Willkommen bei diesem netten Let's Play Bonn Siedler 2 und damit herzlich willkommen Lord Jan, der grüne Typ hier oben. Der baut schon Zeug ohne... Ja, ich hab schon mal gebaut. Du kannst ja auch bauen, während du redest oder kannst nur eine Sache. Ich war grad am Anmacht machen, Leute. Ja, gut. Nicht lustig. So, und zwar beim LPT Sonntag und zwar heute, wie gesagt, bei Siedler 2 und ja, das ist ein Spiel, was auf jeden Fall schon ein bisschen älter ist. Das ist von 2006, soweit ich mich nicht täusche. 1996, das hier ist die Remot Stard Version von 2006. Genau. Und, ähm, ja. Und wir hatten das schon mal aufgenommen, aber Jan Kerns PC sagte, ich bin dumm und hat erstmal schon die... Nein, das Spiel ist abgekackt. Das Spiel ist deswegen abgekackt, weil sein Steam sich geöffnet hat. Ja, weil man Steam irgendein Bullshit gemacht hat, ist mein PC abgekackt. Wir lieben doch alle unsere PCs, stimmt's? Ja, Steam ist... Steam ist eigentlich gut, aber irgendwie manchmal nicht so. Ja, manchmal denkt Steam echt so... Alles meins. Irgendwo, der ganze PC hat jetzt mir. Genau. Dann nimmt der... Dann nimmt der das Spiel immer als Geisel und dann auch... Da kriegen wir ja zu viel Fantasyser. So. Muss mal kurz gucken. Ja, das Forsthaus ist angeschlossen. Perfekt. Mhm. Noch mal kurz schneller. Ja, tu das. So. So, mal gucken, was der Leute schon hat. Ich baue nur ein bisschen raus. Ja, man hat da eine Baracke. Darum baut auch eine Baracke, genau wie ich. Also es ist Orangen auf der Minimap, ist eine Baracke. Lägewerk, Holzfäle heute, Forsthaus, Forsthaus, Holzfäle heute, Sägewerk und eine Baracke. Perfekt. So, und linksum soll man... Immer wenn was... Das heißt, die Holzfäle heute wird schon gebaut. So wird sie putzt in Produktivität. Die geht jetzt... Die Produktivität sozusagen... Geht nur auf die, je nachdem wie produktiv die Leute sind. So, und ich gehe jetzt mal... Ich habe hier einen Hügel, da gehe ich mal... Ah, ich habe Kohle gefunden. Nice. Ja, ich habe auch Kohle gefunden. Zwar nicht, ob es da Kohle gibt, aber es ist immer Kohle im gleichen Berg, also. Achso, okay. Das heißt, du hast nicht kontrolliert? Nö. Schwierig. Weil ich meine, ich bin der Boss. Ja, ja. Notzendlich. So, zwei Kohlewerkwerke im Bau. Das heißt, sie brauchen auch definitiv genug Futter. Ähm... So Leute, und jetzt baue ich hier eine Wasserstraße hier rüber. Ah, okay. Ach ja, das war ja die Kackstraße. Hier baue ich eine Fahne und die Fahne... Und hier wird anscheinend das nächste Militärgebäude gesetzt. Hier kann ich ein Hafengebäude hinsetzen. Das heißt, hier baue ich jetzt auch noch einen Hafen, Leute. So. Und den verbinde ich jetzt auch noch hier mit. Und dann kann man auch Boote und so weiter und so cooles Zeug bauen. Ich kann hinten keine Baracke bauen, weil die Bäume im Weg sind. Und hier wird auch gerade perfekt. Letzt ich hier eine Fahne. Dann bin ich hier. So, was ich immer direkt von Anfang an gerne mache, ist die Goldmünzen-Zupuhr aus. Ähm... Also ich mach das direkt, damit ich's nicht vergesse. So, und hier setze ich ein paar Geologen aus. Ich hoffe, dass mit dem Kohlebergwerk war richtig. Jo. Ich meine... Ich hab dich hingeguckt, aber trotzdem... Ich meine, wer ist der Boss hier? Naja. Baus. So. Aber baus. So, Leute, damit ich nicht den gleichen Fehler wieder mache, baue ich jetzt schon einen Brunnen hier hin. So, hier kommt mein erster Mann. So, bitte. Und nächst so, hier kommt ne... Ich schalte den Leuten. Ray hat irgendwann gesagt, die haben Gold gefunden. Super. Gold, aber das ist nice. Goldmünzen. Morgenstund hat Goldmünzen. So kenne ich das Sprichwort aber nicht. Morgenstund hat einen großen Schlunz, doch. Ja, ja. Oh, das hat sogar geklappt, Leute. Ich hoffe, ich komme hier irgendwie bis ins Wasser. Ja, okay. Nice. Oh, Leute, das hat geklappt. So, jetzt können wir die Straße auch abreißen. Perfekt. Expansion schreitet fort so langsam. Als die eine arme Fischerhütte hier wird nur damit verbunden. Okay, nice. Durch diesen Weg hier hinten durch. Na super. Ich baue hier mal einen Holzfäller hin, damit hier das ganze unnötige Holz wegkommt, was den Weg ist. So, hier kann ich auch nicht nachpflanzen. So, hier kann ich auch noch Holzfäller hin. Ja, ich hoffe auch, dass es euch Spaß macht. Jedenfalls. Aber ich denke mal, dann sonst, wenn ihr das doof finden würdet, würdet ihr vermutlich nicht zukommen. Ja, wir würden sie alle verabschalten. Aber das ist nur so eine Vermutung. Äh, äh, äh. Hast du so irgendwie auch, dass die Wasserstraßen nicht funktionieren? Mh, müssten eigentlich. Manchmal sind die Buggy, aber... Ja, sind Buggy, meine Funktion... Also, es geht keiner rüber und baut die Garacke. Okay. Oh, ja, stimmt. Also Wasserstraßen funktionieren nicht, Leute. Weil die auch nicht. Die bauen ja auch die Baracke nicht da unten. Ja, das stimmt. Bei der anderen Seite die andere Baracke bauen sie auch nicht. Ich lasse das trotzdem mal da stehen. Da läuft zum Beispiel Fischer rum, aber... Das stimmt. Da. Irgendwo hier? Ja, okay, das geht. Okay, ich habe die eine jetzt geschafft zu verbinden, zumindest. Auch mega unnötiger Weg, aber ich habe die eine jetzt verbunden. Das heißt, ich kann jetzt mal... Oh, Leute, wir können nichts mit Wasserstraßen verbinden. Das hilft echt nicht. Nee. Juh, hier ist der Hafen. Okay. Aber wie er liebt, die bauen ja kein Schiff. Ich kann das irgendwie nicht damit verbinden, kann ich das so verbinden, nee. Also jetzt los, Mist. Ja, kein Schiff. Muss man etwa eine, eine, eine Barf bauen. Mh. Schwerftisch um. Schwerftisch um, genau. Ah, ich glaube, ein Schiffswerft. Ja, werft hier. Ja. So, werfen, baue ich hin. Da muss man eine Werfe bauen. Genau. Oh, aus dem Hafen kommen auch Typen raus. Da sind zwei 20 Arbeiter. Ja. Bau weiter. Kann ich das irgendwie verbinden? Ich muss hoffen, dass ich... Oh, sch... Okay, ich habe den mega unnötigsten Weg, aber ich habe einen Weg gefunden, meine Baraten zu verbinden. So. Weil es bei mir nur ein Fluss ist. Alles klar. So machst du das also. Ja. Ich habe da oben noch nicht erforscht, deswegen kann ich da auch nichts rumbauen. Okay. Verstehe. Welche Militär... Ach, die bist du auch besetzt. Du bist auch besetzt, okay. So, eine Baracke. Hier konnte ich ja nicht, weil... Können hier auf... Ah, da oben kommt der Gefreite. Ich schicke mal hier ein paar Geologen hin, um zu schauen, was hier so abgibt. Und hier ist noch ein Goldberg, wer ich hinbauen. Ah, Mann. Wieso? Wieso kann ich hier von hier aus keinen Weg bauen? Ah, Mann. So. Alter, Schäde. So. Wieso gehen wir so einfach, wenn es auch kompliziert geht, war? Mhm. Da hast du recht. Hier kommt noch eine Banacke hin. In eine banale Baracke. Sehr sehr banal. Banal und anal. Okay, also ich finde an dem Berg Kohle und Gold. Ja, genau. Geh du mal da drüben suchen. Das finde ich gut, Geologe. Nein, nicht weglaufen. Oh, geil, das leckt schon heftig in der Stadt, wenn richtig viel los ist. Ja. Ah, die Werft baut schon ein Bötchen. Sehr gut. Oh ja, wie weit ist meine eigentlich? Ich muss mal sagen, dass die Boote produzieren sollen keine Schloße. Okay, und zwar kann ich jetzt sagen... Ja, Schiff, ohne. Ach, du sollst er werft, ja toll, diese... Der kopiert echt alles von mir, sag mal, die Asoziale. So. Ey, ich schwöre ihn. Goldmünzen zuvor aus. Äh, Geologe. Geologe. Bombenbauer und Biologen dahin. Hm? So. Die Baracke ist auch weit fertig. Ach, die hier ist ein Goldmünzen zuvor, das gefällt mir nicht. Und hier auch. Ähm... So, wie sieht's denn momentan aus? Nahrung. Okay, ich muss jetzt mal demnächst mit mal Nahrungsproduktion. Wow. So, Leute. Schleuzfeld heute hin. Als Verletzte hin, knallen. Und jetzt hier noch das Posthaus hin, knallen. Ja. Akte mir hoffentlich die beiden hier weg, dann kann ich hier auch verbinden. Werft ist fertig und macht Bödschen. Sehr gut. Juhu. Aurora. Kann's umbenennen. Hm. Aber, ach so, man kann nur umgehen. Man kann nicht seinen eigenen Namen, oder? Doch, kann man. Aber du kannst die, glaube ich, ändern. Du musst erst fertig sein. Ja, genau. Auch, oh, du schönes, schönes Schiff. Du schönes Schiff. Alle bekommen Holz und dann bauen sie auch. So. E-Z-Gebäude besetzt. Perfekt. Renn. Das Militärgebäude wurde besetzt. Juhu. Ist hier viel Platz. Ja, das habe ich gerade auch gesehen, weil an der einen Stelle bei mir. Ja, ne, 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 deutsch. Hm, deutsche Sprache oder schwere Sprache oder was? Deutsche Sprache ist ein schwerer Sprache meiner Welt. Werder als, wäre als schwere Metall. Ich glaube, ich brauche noch eine zweite Werft hier hin. Ja, ich nicht. Ups, noch eine zweite Werft gebaut. So, Baracke hier. Baracke da, Baracke über. Baracke, Kanacke. Gut. Ah, hier ist Kohle. Leute, es wird ein schönes Schiff. Die Römer bauen immer noch die geilsten Schiffe. Auf der Handy. Ah, okay, meine Aurora ist auch fertig. Dann kann ich die Werft langsam mal. Was? Wie schnell ist denn das fertig? Nee, die ist noch nicht. Die ist bei 82 Prozent. Ja, siehst du. Dacht Gott schon, der Typ übertreibt doch wieder. Ich dachte, die Werft, die sah so fertig aus. Ja, man muss gucken, wie viel deine Werft ist und wie viel dein Boot selber ist. Ja, mein Boot ist 82 Prozent. Mein Boot ist 76 Prozent. Aber ich habe schon Steinwege und Esel. Okay, nice. Will ich nicht. Ah, okay, super. You really, zero fucks given? Nee, das fällt mir irgendwie nicht so... Liebe ist meine Wege zu verbinden. Also richtig viele Männchen sind dann da. Das ist irgendwie doof. Da fängt mir alles nicht so gut. War dann sein... Warten sein... Da auch... Digga, sein Boot. Alter, wie viel hat der Typ erkundet? Nur so ein bisschen. Übertreibt echt. Ah ja, genau, Leute. Ja, die guckt sich auch Millionen von Let's Plays und anderen anderen Scheiß an. Falls ihr euch wundert, Leute... Falls ihr euch wundert, warum die so... Diese... Ach... So ein... Ich sag's dir, so ein... Hörts. Hörts. interacting mit Götter. Natürlich. eg 못 das miracle. Zu Obrig. Ciao. з Hai�� Nebstahl. Allesluigi. Allesluigi. Trin warranty. Allesluigi. Allesluigi. Daswall. Allesluigi. 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 ... Allesluigi. filmmaker. Allesluigi. Vielen Dank.